Oh, Robe des Reichs, Magier ist wahrscheinlich am besten. Der kaiserliche Zeremonienmantel ist eher für... Ja, Fernkämpf... äh... Für Geschicklichkeitskämpfer. Okay, du siehst, sehr interessant... Hat sich was an den Figuren geändert oder fällt mir das jetzt erst auf, dass die so schmal aussehen? So, Kopfbedeckungsmäßig... Warum in der Konzentration? Dass du ja doof aussiehst... Äh, Ringe... Shanas Heilung, auch wenn wir nicht wissen, wo der zweite Teil ist. Und von mir aus den Drachenring. Nö, den Ring der Intelligenz. So, du hast da auch eine Heilung, das ist gut. Da müssen wir uns nicht mehr so viel Sorgen ums Heilen machen. Hast du Eiswelle? Auf meinem Befehl! Und das ist noch praktischer. Vorwärts! Wenn wir ein paar Gegner einfrieren können. Zur Ehre Aronist! Haltet durch, Männer! Schalt sie zurück! Alles klar. Sie sind überall! Schließt die Reihen! So, eingefroren seid ihr beliebt. Stehe bereit! Die versteinern wir auch gleich noch. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Auf mein Zeichen! Mir nach! Und los! Okay, gut. Für die Rune! Haltet durch, Männer! Oh, da kommt jetzt der ganze Haufen. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Den Schlüsselwächter bei Versteinern. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Okay, der Schlüsselwächter kann nicht versteinert werden. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! So, jetzt noch die Schlüsselwächter loswerden. Schließt die Reihen! Auf mein Schnellchen! Für die Rune! So, aber den Pretorial, da dürfte ich versteinern können. Sie sind überall! Das Gute ist, die Versteinerung von ihr hebt sehr lange. So. So. Folgt mir! Schnell! Auf mein Zeichen! Nehme ich jetzt den Wunschtein im Besitz? Mir nach! Ach, wir kommen hier ja gar nicht raus so lange. Vorwärts! Ja, okay, dann kann es doch gar nicht zu Angriffen kommen, nehme ich mal an. Sofort! Äh, was ich hier doch gerade sehe ist... Die Steine hier sind weg? Nein, sie sind hier oben. Okay, sorry. Okay. Ich überschreppe unser Backup. Und los! Ja, Schlüssel des Skelettgenerals benutzen. Jetzt müsste ich hier auch raufgehen. Folgt mir! Okay. Ja, hier ist er aufgegangen. Die Steine sind noch im Weg. Auf meinem Befehl! Sofort! Schnell! Schnell! Auf meinem Befehl! Folgt mir! Sofort! Und los! Für die Rune! So, mit dem Paar Reise. Wir versuchen, das alleine aufzunehmen. Verschlack sie zurück! Halte durch, Männer! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Ja klar, kämpft! Verstärkt die Deckung! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Okay, hier hinten ist immer noch zu. Also, jetzt deaktivieren wir kurz unsere Aura. Jetzt können wir sie wieder aktivieren. Jetzt versuche ich einfach, obwohl, wer hat die größere Reichweite? Ich habe eine von 2 bis 16, du 2 bis 18. Dann versuche ich jetzt mal, die Eisernen rauszulocken. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Zu euren Diensten. Alles klar. Auf mein Zeichen. Zu euren Diensten. Schlag sie zurück. Schlag sie zurück. So. Feindlicher Angriff. Spielen wir die Sache mal sicher aus. Verstärkt die Deckung. Gut. Verstanden. Je weniger Kartei ich nämlich jetzt hier auf Opfer, desto mehr stehen wir später zuvor. Zur Ehre Aunias. Unverzüglich. Auf dem Weg. Okay, da kommt die zweite Welle. Für die Freiheit. Schlag sie zurück. Okay, die Frostbrücher, die können einfach nichts. Gut zu wissen. Nur was droppen. Unverzüglich. Greift sie an. Zu Befehl. Auf mein Kommando. Zur Ehre Aunias. So, der Klingverteidiger mal weg. Hier. Folgt mir. Verstanden. Für das Licht. Und ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession schon gemerkt, die Speipflanzen, die gehen wieder. Auf dem Weg. Unverzüglich. Verstanden. So, mal gucken, wie gut wir die Schar noch wegkriegen. Sie sind die Weile. Sie schießt ihr ein. Feindliche Angriff. Schlagt sie zurück. Feindliche Angriff. Feindliche Angriff. Feindliche Angriff. Auf mein Zeichen. Und los. Mir nach. Gut, damit haben wir schon mal ihre... Zur Ehre Aunias. Ihre Verteidigungs-Truppen gebrochen. Halte durch, meine Männer. Schlagt sie zurück. Stehe bereit. Die Dinger hier weg. Auf mein Kommando. In die Schlacht. Zu Befehl. Sie sind überall. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Schließt sie rein. Auf mein Zeichen. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. So, jetzt können wir mal versuchen, noch das Elfenmonument frei zu räumen. Auf mein Kommando. Mir nach. Und los. Vorwärts. Vorwärts. Und los. Das können wir jetzt dann ruhig mit unserer ganzen Armee, weil hier sind nicht so viele gefährliche Truppen. Zum Angriff. Sie sind überall. Schließt sie rein. Ja. Nur der Empfangpass hier ist unschön. Ja. Vorwärts. Sofort. Zur Ehre Aronius. Schließt die Reihen. Skelett-Demonentöter. Achtung, meine Güte. Ich gehe die beiden Spannen. Sofort. Okay, da ist nicht viel mit dem Spannen. Zum Angriff. Ach so, das ist ein Fernkämpfer auch noch. Ach so, das ist ein Fernkämpfer auch noch. Stimme. Ich gehe die Achtung. Oh, das ist es so, was wir machen.